jo leute was geht willkommen zu pokémon das wird ein ganz kleines info video für euch vor ein paar tagen habe ich euch ja ein video gezeigt mit den ganzen neuen pokémon unter anderem wie ihr seht dem phings und ich wollte euch auch von youtube informieren dass ich vorhabe alle pokémon an euch weiter zu geben das mache ich aktuell jeden tag ich denke bis ende des jahres jeden tag ein pokémon froxy und phings also froxy war gestern phings war heute die waren schon dran morgen beziehungsweise heute wenn ihr das video seht wird hisui zuruhr dran sein da seht ihr es das hier ist das hisui zuruhr gibt es auch schon hallo bleibt doch mal stehen gibt es auch schon in kam es in und pur pur die gebe ich aktuell alle ab auf twitch schaut gerne auf twitch vorbei der kanal ist unten verlinkt und was ich euch auch noch sagen wollte am 24 dezember ist ja weihnachten logischerweise und dort werde ich auch auf twitch live sein vormittags bis mittags dann geht es ab zur familie und dort werde ich eine ganze menge shinies verlosen an die community wenn ihr da dabei sein wollt jeder kann da gerne mitmachen schaut am 24 auch mal auf twitch vorbei jetzt rennt hier meine katze durch hallo und ja das wollte ich auf jeden fall mal teilen auf youtube und dann würde ich sagen sehen wir uns auf twitch haut rein wenn ihr da seid ihr da seid ihr da seid ihr da seid ihr habt ihr da seid 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 ihr da